Meinen allerherzlichsten Glückwunsch für 75 Jahre Finest Urtext Editions des Henle Verlages. Es ist mir eine ganz besondere Freude und auch Ehre, diese Glückwünsche zu senden. Ich denke, ich bin vermutlich eine der größten Fans eures Verlages, denn seit meiner Kindheit, seitdem ich mit dem Klavierspielen begonnen habe, wie auch mein Notenstrang demonstriert, spiele ich eigentlich fast nur aus dem Henle Verlag und insofern kommen diese Glückwünsche von Herzen, aber eben auch wirklich ganz besonders aus tiefster Überzeugung. Ich wünsche euch noch mindestens weitere 75 Jahre Erfolgsgeschichte und möchte mich an dieser Stelle auch für eure einzigartige Arbeit bedanken. Feiert schön und wir alle werden es krachen lassen für 75 Jahre Finest Urtext Editions.